hallo und herzlich willkommen zurück zu ourwatch in quick play bin jetzt in dieses love the match reingekommen ja erst mal tut mir leid dass so wenig haben dieses wochenende aber man hört vielleicht noch ein bisschen mit krank oder war jetzt geht es nämlich wieder hört vielleicht ein bisschen man hat die das hingekriegt ja man hört wahrscheinlich das ein bisschen krank bin tut mir leid das gotte also ich hab's wie war es ich war glaube ich am donnerstag wurde ich krank da habe ich schon aufgenommen gehabt für den freitag also habe ich schon am mittwoch aber dann was das nicht wurde ich krank und habe nichts mehr hingekriegt und ich bin gerade auch ein bisschen gameplay ist auch nicht gerade das beste moment tut mir leid ne wenn ich meine hustet ist durch tut es mir auch leid ne denis oder was auch immer ne alles gut tut mir leid ich sag's vom voraus kann ja sein jetzt läuft's ja gut in diesen in deiner einer in diesen eine halbe minuten ne gut ich habe jemand eliminiert ne gottel gottel stirbt ok gut jemand habe ich erwischt wieder auf den punkt jetzt merke ich es gerade ne wie meine stimme ist bestimmt voll anders ne tut mir leid die sind ungewohnt für mich auch zum reden also jetzt geht's wieder hatte schluck weh und kopfschmerzen ja eine erkältung aber ja kann mal passieren vor allem während der arbeit habe ich so gemerkt ne wird nicht mehr gut dann am freitag war ich noch arbeiten war keine gute idee dann am samstag puh also freitag abend nach der arbeit war schlimm du ja geht ne jetzt geht's wieder aber heute frei montag wegen wrestlemania muss ich auch schauen bis 6 uhr morgens ne oh mein gott nicht so töfte war nicht so töfte wie gedacht gut geht ne geht es geht hat schon letztes jahr war schlimmer aber wrestlemania ne dann wartet man zu viel kennt man ja kennt man ja also haben wir den punkt gleich irgendwie merke ich gerade so wenn ich krank bin und eh schon nicht zu krass aufs spiel konzentrieren kann weil ich nicht los huste gerade kann ich besser auf topic commentary bringen ne geht irgendwie einfacher gameplay ist grad kacke aber das kennt ihr ja von mir mir ist das gameplay immer kacke hi du hast den spass du hattest den spass hey da hast du es ins gesicht gekriegt und mir ist auch ein bisschen kacke da mhm ah da kann ich nicht healen dankeschön ich muss auf beim lucio wo ist er hin eben weiss auch nicht ich muss wahrscheinlich wird der party ist voll gut und voll unterhaltsam wenn er rechts durch geht verdammt nicht getroffen zu spät fahr zu spät flieg oh mein gott oh mein gott stopp boah es ist gerade wirklich ist der lucio tot hier dass es sich nicht bewegt ich hoffe doch sonst wäre afk ja hey hi ok er lebt noch was immer er getan hat er hat es überlebt oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo ist er er ist tot habe ich gut hingekriegt ich habe sie getroffen getroffen weg nein die moira das strahl ist ein bisschen zu weit habe ich das Gefühl aber das ist ja klar ist das die normale range von der moira von normalen angriffen die ult ich weiß gar nicht ich könnte mal ein bisschen recherchieren theoretisch aber der punkt nice mccree oh mein gott komm schon das ist nicht gut nicht gut ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot ich muss zurück ok jenshi kam in meine falle rein und den punkt haben wir juhu Roboto hat Spaß war gut war gut ne das ist zwischendurch frage ihr könnt den kommentar schreiben seid ihr wenigstens fit ich ja war ja nicht mehr so könnt ihr gerne schreiben wenn ihr wollt wenn ihr bock drauf habt interessiert mich wirklich wirklich schaffst du es komm schon uuuuuh close one winston upsala äh hilfe aha eigentlich vom level her müssen die anderen ja viel besser sein wat hat die meine Dings gefressen so und ist jemand auf dem punkt ja auf dem punkt dankeschön danke 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 wie gehen sie wahrscheinlich ja rein der reaper hat den reaper geflogen mach ich so spaß hier ne ne die war kannst du knicken kannst du knicken mhm mhm wenn ihr das noch nicht krank seid die ganze zeit so Druck auf den ohren habt es nervt vor allem jetzt mit Kopfhörern ne und ich reden muss da klingt alles komisch gerade ich muss glaube ich meine mine und so nach vorne versetzen krieg mir ist da jemand ok äh die kriegen es gerade so überhaupt nicht mehr auf die reihe soll überhaupt gar nicht mehr soll überhaupt gar nicht mehr hier kommt auch keiner also irgendetwas die vorhaben die trace hat es fast geschafft ähm ähm da ist Ombra verdammt da haben wir klassischer Fall von Obrex Panic wie in jedem Part so ne freut ihr euch wieder ein Part war nicht drei Tage vier Tage kein Video aber wenn ihr das seht kommt ja der Dings wieder ne das neue Event freut ihr euch da drauf könnt ihr auch schreiben freut ihr euch auf den neuen Event wir nehmen halt der PvE Event krass also der Arcade ne das nehmt mich extrem wundern ne das interessiert mich was ist denn mit Blackwatch passiert als sie gegen Talon gekämpft haben warum ist Reaper Raze Raze zu Talon gewechselt was ist da passiert man weiß es nicht man werde es heute erfahren hoffentlich wow 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 soo 1 100 2 20 fantasievoller Name gut dann Loopbox Loopbox wir haben wir haben in dieser mysteriösen Loopbox Geld und ein helles Bild okay das ist von der Regete das sieht warum sieht man das so nicht das auf ob jetzt sehe ich es viel besser aus auf meinem Bildschirm mein Bildschirm ist viel zu hell ah Rekete aber okay dann seht ihr das erscheint viel besser als ich es ist ja für die Katze ne Rocketcat Konzeptzeichnung von der Rekete ne gut dann nächste Runde und da sind wir in der nächste Runde auf Kings Row ich versuche Widow wieder mal wenn ich sie aufnehme kriege ich es nämlich nie hin gut zu spielen mit ihr ne ich triffe dich mal so im Bildschirm aber vielleicht ja heute mit dem schwarzen Lilien Skin Schauen wir mal was haben wir denn hier eine Brigitte was haben wir noch ich hab noch was hüpfen gesehen aber hier ist niemand ist das ein was bist du 3 2 1 Attack Commence Capture Agent Aha okay dann nicht okay okay ist schnell wieder weg gegangen mhmhm dann gehen wir mal hier hin wow da musst du schon Position wechseln Widow verdammt man ich ne Standard Widow komm schon warum warum ist meine Mina gestarrt ah was was ich hab mich nicht mehr beteiligt okay Team danke Team das war jetzt was Mann Mann kann schon also gerade schlecht also mein Team ist super die kriegen jetzt auch gerade hin ohne mich irgendwie wie auch immer das funktioniert gerade aber ich äh beteilige mich nicht groß ich bin mal weg hier verdammt ja gut gegen den Tracer du musst links rechts klicken Moira also mein Team reißt gerade alles ohne mich ich sagte ja schlechte Widow aber ich mag nur Skin und ich spiele eigentlich gerne was der Fick ich ich muss waaat ich verstehs gerade so überhaupt nicht was hier passiert äh hä was passiert hier ich seh nix werdest Widow on Earth ne aber der Roda hab ich schon zweimal getroffen und das Schild von der Plakete Mann Mann Woll die mich verarschen ich treff ja nix komm schon ah kill I kill wow jetzt wirklich immer wenn ich sie aufnehme schlechteste Widow runter hei aber wir haben trotzdem krass gewonnen mein Team braucht mich nicht ha 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 ja ich hab mal meine Statistik genannt das ist ja äh ähm ich hab nichts mitbekommen vom ganzen Spiel also Moira Moira I guess ich hab wirklich nichts mitgekriegt überhaupt nix äh kann mal passieren äh ja kann passieren ich hab's alles trotzdem gefallen auch wenn ihr nicht grad viel von jetzt diesem Match mitbekommen habt äh es tut mir leid bis zum nächsten Mal ciao ciao ja